Das Wintergame steht ja unter dem Motto The Good Old Hockey Game. Welche Idee steckt dahinter? Ja, wir wollen die große Tradition dieser beiden großen deutschen Eishockeyclubs gerecht werden und auch die Tradition des Eishockeysports generell aufnehmen. Und ich glaube, die teilnehmenden Klubs sind sehr, sehr stolz auf ihre Tradition und pflegen die Wurzeln und die Vergangenheit und können auch mit sehr großem Stolz auf die Vergangenheit des jeweiligen Klubs zurückschauen und positiv in die Gegenwart und in die Zukunft schauen. Wir wollen mit diesem Good Old Hockey Game die Wurzeln des Eishockeys aufnehmen und wollen ein ganz besonderes Feeling hier in die Wir-Soll-Rhein-Neckar-Arena bringen. Eishockey soll zu seinen Wurzeln zurückgeführt werden. Ein quasi inzugefrorener See, zwei Tore, zehn Spieler, zwei Torhüter, ein Puck, let's play Hockey. Das soll das Motto werden und Spieler, Trainer, Zuschauer, sowohl die, die live vor Ort hier sein werden, als auch die am Fernsehgerät, die werden das Gefühl haben, dass dieses Spiel auf einem zugefrorenen See stattfinden wird.